Wie wurde der Koran zusammengestellt und überliefert? Sämtliche Verse des Korans waren in erster Linie auswendig in den Köpfen und Herzen der Gefährten Muhammeds. Da die Anzahl der Analphabeten unter den Arabern der damaligen Zeit sehr hoch war und ihre Geschichte und ihr Wissen hauptsächlich durch mündliche Überlieferungen weitergegeben wurden, waren sie perfekt vorbereitet für das Auswendiglernen des Korans. Von vielen Gefährten wird überliefert, dass sie nicht nur Teile, sondern den kompletten Koran auswendig beherrschen, so zum Beispiel Ibn Abbas, Ubay ibn Kaab, Hafsa bint Umar, Ibn Mas'ud und viele mehr. Möge Allas Zufriedenheit und Wohlgefallen auf ihn allen sein. Ebenso gab es wohl kaum einen Gefährten des Propheten, Allas Segen und Frieden sei auf ihm, der nicht zumindest beträchtliche Teile des Korans auswendig kannte. Muhammed, Allas Segen und Frieden sei auf ihm, selbst legte seinen Gefährten das Lernen des Korans ans Herz, wie aus zahlreichen Überlieferungen ersichtlich wird. So heißt es in der Thirme, die überliefert, wer auch immer den Koran liest und auswendig lernt und danach lebt, dem wird Allah, der Erhabene, das Paradies gewähren. Die Verse des Korans waren also in den Köpfen und Herzen der Propheten Gefährten. Die schriftliche Niederfassung dagegen diente anfangs lediglich als Hilfestellung und für neue Muslime bereits offenbarte Verse zu lernen. Dementsprechend entschloss sich Abu Bakr, möge Allas Wohlgefall und Zufriedenheit auf ihm sein, erst den Koran komplett in Schriftform niederzuschreiben, als immer mehr Gefährten starben, die den Koran auswendig gründen. Die Niederschrifte der Offenbarungen Das schriftliche Festhalten des Korans kann in verschiedenen Phasen unterteilt werden. Erstens die Zeit unter dem Propheten Muhammed. Der Prophet Muhammed, Sallallahu alayhi wa sallam, ließ zahlreiche seine Gefährten die Offenbarungen des Korans niederschreiben. Dies wurde in 100 Hadifen überliefert, ein Beispiel. Der 95. Vers, die sogar die Frauen offenbart wurde, sagte der Prophet, Ruf Zahid zu mir, lass ihn seine Schreibtafel des Tittenfasses und Schulterknochen holen. Dann sagte er, schreib. Die Schulterknochen des Kamels eignen sich aufgrund ihrer Größe und Flachheit ideal zum Beschreiben. Der Papier zu jener Zeit Mangelware war. Historisch hätten die Zahlen der Schreiber des Korans der damaligen Zeit alleine aus Medina auf 42. Einige Gelehrten gehen von einer Gesamtzahl von über 100 aus. Die bekanntesten davon waren unter anderem Abu Bakr, Umar, Ufman, Ali ibn Masud, Abu Eda, Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Ammar, Ibn al-As, Aisha, Hafsa, Um Salamah, Rallahu an und so weiter. So wurden gänzliche Offenbarungen auf Papyrus, Knochen, Gerzellenhaut, Baumrinden und ähnlichen Materialien hintergeschrieben. Diese einzelnen Fragmente wiederum wurden von vier Gefährten gesammelt. Wer sammelte den Koran in der Zeit des Propheten, Salamah, Ali ibn al-As, er antwortete. Es waren wir, die allesamt von den Helfern aus Medina waren. Und in den Kalifen Abu Bakr, unmittelbar nach dem Tod des Propheten Mohammed, Salamah, Ali ibn al-As, wurden die verschiedenen Teile und Sammlungen der Gefährten dann zusammengetragen und das erste vollständige Exemplar des Korans schriftlich angefertigt. Der Beweggrund hierfür war in erster Linie die Schlacht von Jamama, bei den hunderten Muslime, die den Koran vollständig auswendig kannten, starben. Um sicherzustellen, dass die Überlieferung des Korans nicht in Gefahr gerät, beauftragte Abu Bakr, nach Beratung mit Umar, also den ganzen Koran, zusammenzustellen. Die Hauptverantwortung wurde in dieser Aufgabe Said ibn Tabith, Rallahu an, übergegeben, der der Hauptschrauber zu den Zeiten des Propheten Mohammed, Salamah, Ali ibn al-As, war, Said ibn Tabith, überliefert. Ich fing also an, das Material von Gedächtnis der Leuten, von Pargamenten, Knochen und palmierenden Stücken zu sammeln. Jeder Vers, seine Anordnung und Position mussten von mindestens zwei Personen in erster Linie unzorgende Offenbarung bezeugt werden. Die meisten Gefährten beherrschen zahlreiche oder auch alle Versen des Korans auswendig. Auf diese Art wurde also der erste Koran zusammengestellt, dessen Wortlauf uns bis heute überliefert wurde. Als Abu Bakr, Rallahu an, starb, kam er in Besitz von Umar, Rallahu an, danach in den Besitz seiner Tochter Hafsa, Rallahu an. Ufman war es dann, der mehrere Kopien des Korans anfertigen und in die verschiedenen islamischen Metropolen des ersten islamischen Jahrhunderts schicken ließ. Dazu gehören zum Beispiel Mekka, Medina, Damaskus, Kufa und Basra. Dass der Koran vollständig auf diese Weise erhalten blieb, ist der Konsens der islamischen Historiker und Gelehrten. Er wird auch von nicht-islamischen Wissenschaftlern bestätigt. Aussagen von nicht-muslimischen Wissenschaftlern Die Gestalt des Korans, wie wir sie jetzt haben, ist im Wesentlichen zwei bis drei Jahre nach dem Tode Mohammeds fertig gewesen, da die ottmanische Ausgabe ja nur eine Kopie des Exemplars der Hafsa ist, dessen Bearbeitung unter Abu Bakr oder spätestens unter der Regierung Omas vollendet wurde. Diese Bearbeitung erstreckte sich jedoch wahrscheinlich nur auf die Komposition der Surin und die Anordnung derselben. Hinsichtlich der Einzeloffenbarungen dürfen wir das Vertrauen haben, dass ihr Text im Allgemeinen genauso überliefert ist, wie er sich im Nachlasse des Propheten vorfand. Quelle Friedrich Zacharias, deutscher Orientalist Ulum al-Koran Zu Ende seines Buches, The Collection of the Koran, erklärte der Orientalist John Burton, dass der heutige Text des Korans der Text ist, der uns zugekommen ist in der Form, wie er vom Propheten zusammengestellt und genehmigt wurde. Was wir heute in unseren Händen halten, ist der Musaf, also der schriftliche Koran des Mohammed. Quelle John Burton, The Collection of the Koran Auch Jeffrey Lang schlussfolgert, dass die gezogene Schlüsse der islamischen Gelehrten bezüglich der Erhaltung des Koran-Textes der Geschichte in Anbetracht der vorhandenen Beweise eher standhalten, als die Meinungen ihrer Opponenten der Orientalisten. Es scheint ziemlich gut begründet, dass keine Änderungen am Material stattfanden und dass die Originalformen der Aussage Mohammeds mit gewissenhafter Präzision erhalten blieben. Quelle Mohammedism, London Oxford University Es gibt wahrscheinlich kein anderes Buch der Welt, welches zwölf Jahrhunderte lang, mittlerweile 14 Jahrhunderte, in so einem unverfälschten Text erhalten blieb. Quelle Life of Mohammed, London Wir haben keinen Grund anzunehmen, dass auch nur ein einziger Vers im Koran nicht von Mohammed selber stammen würde. Rudi Paret, Vorwort der Koran Und all dies sind Zeugnisse für die Wahrhaftigkeit der Aussagen Allahs, subhanahu wa ta'ala, in seinem Buch, dem Koran. Wahrlich, wir haben diese Ermahnung herabgesandt und sicherlich werden wir ihr Hüter sein. Surah 15, Vers 9 Guessing eigentlich war ja nichts anderes, bei diesernn Tage als Arto fühlen sich im Koran